Hi und herzlich willkommen zu einer Runde Wingman mit dem William. Wir hatten ein paar Runden vor diesem Spiel hier und sind sang- und klanglos untergegangen, hatten auch wahrscheinlich gegen Cheetah gespielt, also es war ganz strange irgendwie und haben dann gedroht hier in der Runde auch unterzugehen. Ob wir es schaffen, das doch zu gewinnen, schaut es euch an, nach dem Intro geht es los. Haut rein, viel Spaß. So, wir machen die jetzt 8 zu 0 weg, 9 zu 0 weg, entschuldigung. First Round Knives. Nein. Ich habe die Befürchtung, dass das wieder Gute sind. Eko. Nein, 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 ich würde die Runde mal kaufen. Wirklich. Nein, danach machen wir Eko, okay? Ja. Er hat eine Waffe, oder? Nein. Wo ist denn der? Pit? Nein. Balcony? Nice. Was hat der für eine Waffe? Was hat der für eine Waffe? Ich könnte echt einen M4 haben, was? Oh! Nein. Soll es wirklich so lustig aus, wie man denkt? Ja, ja. Das hat keinen Sinn gemacht, das kommt da draußen. Der letzte ist aufs Seite. What? Er hat doch 29. Er hat 29, ganz ruhig, ganz ruhig. Geist hin und tötest ihm. Geist hin und tötest ihm. Geist hin und tötest ihm. Der letzte ist das. Er hat nicht in der Region. Der andere ist Library, glaube ich. Der ist mit der Shotgun angekommen. Alter, wie die streut, wenn man rennt, ne? Das ist ja heftig. Was ist die Shotgun? Die Waffe. Also die SG irgendwas. Keine Ahnung wie die heißt. Wieder Library? Nein, ich hab nen Nade in der Hand! Ach, sorry. Hinter dir? Ja. Der war wirklich close gerade hinter mir, weil... Ja. Hier runter, um dass ich Steps machen? Da vorne, auf die Dings. Oh, jetzt ist er auch hier oben? Ja. Der hat's Hähnchen abgeschlachtet, hast du gesehen? Ja. Ja, was? Er ist echt hinter mir hergelaufen. Ohne was wir davon wussten. Putz! Ich hab Angst. Der Ende war kurz. Ich hab was gehört. Oh, Mann. Egal, schaffen wir noch. Was? Einer ist Library. Boah, ich bin so dumm. 82, ey. Oh, Mann, mein Zeug, der war denn hinter mir. Ich hab's gar nicht gecheckt. Geil, jetzt. Let's go, my friends. Ja. Ach, Mann, ey. Ich... Es macht heute echt keinen Sinn. Aber jetzt ist das echt letzte jetzt. Oh. Ja, aber wir sind jetzt hier immer besser, als wir... Wir verkacken jetzt immer. Was lachst du da? Ich schreibe, 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 ich schreibe. Ist nicht witzig, ich weiß, sorry. Oh scheiß, ich bin in mein eigenes Feuer gerannt. Wo sind denn die? Kurz. Beide? Ja, eine, zwei Kinder. Der war aber nicht bei Balkany. Ja, ich weiß, der andere nicht. Wer hat ich dem anderen denn gegeben? Bei dir hinten? Der letzte Balkany. Ich hab jetzt Pit. Er ist Zeit. Oh. Bombe liegt hier. Er ist direkt in der Library drin. In Library? Er ist jetzt Zeit bei mir? Man ey, du machst das schon. Ich wandere hier ein bisschen. Da ist wirklich ein Library gewesen. Wir sind dann wieder. Sie hatten gerade Waffen. Wir müssen nicht verlieren, Alter. Ich bin schon wieder in mein eigenes Feuer gelaufen, ich Idiot. Oh, da kommt die Ecke in der Mitte. Hast du mich gesehen? Ja. Hat der gar nicht. Schlechtere Waffe genehm? Genehm. Nice. Drei FPS. Man, das war doch nicht der Plan, Alter. Musste ja. Dein Ernst? Nice. Reicht. Oh, Mann, Alter. Das war faszinierend, die Flashbang, das war alles. Hast du mir gerade irgendwas getroppt? Ja. Ich hab's aber weggeschmissen. Auf jeden Fall nicht. Die Musikkatze ist tot. Oh, nein, da steht er noch. Ich guck oben auf den Namen. Lang. Und die Bombe gelandet ist. In der Luft. Ach, das war ein Acker. Kannst du jumpen? Ja. Ich bin da. Warte mal. Ich bin da abgeholt. Remember, this is Bandicountry. It's dangerous. Bitte sterb nicht, Jan. Oh, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Ich kann da nichts machen gehen. Nice, Flame. Hast du gesehen hier? Ja, das habe ich auch gesehen. Ist der der zweite auch noch Jan? Keine Ahnung. Nee. Doch, der hüpft durch die Smoke hinten. Oh, Mann. Nee, sorry. Hälfte leben noch. Alter, schön. Das ist ganz schön knapp hier. Aber das ist nicht, Alter. Das sah aus, als ob er Pilze gesucht hätte. Ich? Nee, eher. Kannst du was jumpen? Jo. Danke. Wo? Ich weiß noch. Ja, kurz. der ist hier lang also mitte 22 weniger aber wir haben gewonnen ich würde wahnsinnig wir haben gewonnen sag ich doch ARD Text im Auftrag von Funk